Klingenberger Kalligrafie-Kurse Seit 1992 gebe ich diese Kurse in Klingenberg. Man muss sich das so vorstellen, Klingenberg ist eine Bildungsstätte in Ostholstein, in der Nähe der Ostsee, genau zwischen Ostsee und Pönitzer See gelegen. Bildungsstätte heißt, Tagungsräume, Übernachtungsmöglichkeiten, Vollpension, alles vorhanden. Also wer Urlaub mit einem Kurs verbinden will, ist hier genau richtig. Die Kurse gehen Freitagabend um 18 Uhr los, gleich mit Marmbrot, danach der erste Kursabschnitt, dann am nächsten Morgen vorm Frühstück die Joggingrunde für alle, die mitmachen wollen. Sie sind herzlich eingeladen. Also ich laufe immer in Klingenberg durch den Klingenberger Forst. Also eine wirklich sehr schöne Joggingrunde, aber das ja nur am Rande. Eine kleine Anekdote, Herr Brande, einige Teilnehmer hatten mir allerdings auch schon erzählt, sie hätten leider, muss man sagen, sich nie wieder mit Kalligrafie beschäftigt, aber das Jogging hätten sie beibehalten. So soll es natürlich nicht aussehen. Sie dürfen ruhig beides weitermachen. Und wie gesagt, dann 8.30 Uhr Frühstück, danach dann der erste Block am Vormittag, dann Mittagessen, kreative Pause, dann geht es am Nachmittag weiter, 18 Uhr wieder Abendessen, dann danach der nächste Block. Und wenn Lust besteht, dann kleine gemütliche Runde zum Ausklang am Lagerfeuer oder am Kamin, je nach Witterungslage. Und dann geht es am nächsten Tag, am Sonntag, mit der Joggingrunde wieder los. Allerdings eben nur für diejenigen, die gerne mitmachen wollen. Danach dann der Block am Vormittag, 12.30 Uhr Mittagessen, danach zusammenpacken und um 14 Uhr ist dann Schluss. Also man sieht Urlaub und oder sagen wir mal so ein Wochenende mit Bildung perfekt verbunden. Das Ganze findet statt in Ostholstein und zwar eben in dieser typischen von der Eiszeit geprägten Landschaft. Nur ein paar hundert Meter von der Bildungsstätte entfernt finden wir noch eins der letzten Toteislöcher, also wo die letzten Gletscher vor 10.000 Jahren ihren Geist aufgegeben haben. Genau in dieser Region befinden wir uns, daher eben auch der hügelige Charakter dieser Landschaft. Die Ostsee ist nicht weit, der Pönitzer See liegt gleich nebenan. Und natürlich das Wichtigste, der Kalligrafiekurs findet in wirklich schönen Tagungsräumen statt, mit Blick über die Klingenberger Landschaft. Und jetzt leicht zu erreichen, das Ganze liegt ungefähr 20 Kilometer nördlich von Lübeck, also auch von Hamburg aus gut zu erreichen, der Zug nach Lübeck oder eben die Autobahn führt ganz in der Nähe vorbei, bei Ausfahrt Pansdorf. Das sind also die Klingenberger Kalligrafiekurse seit 1992. von Google. Vielen Dank.